Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künstschau. Heute drehen wir am Kammenwirt-Forum, weil heute feiern wir 30 Jahre Städtepartnerschaft, 50 Jahre Jugendmusikschule und 50 Jahre Förderverein der Musikschule. Und dafür haben wir auch unsere Freunde aus Marzali eingeladen. Dr. Schüttel, den Bürgermeister, hört ihr gleich im Anschluss. Und wir freuen uns, dass sie da sind. Und wir freuen uns, dass wir eine lebendige Städtepartnerschaft haben, die zum einen über unsere Musikschulen tatsächlich lebt und den Austausch, und zum anderen aber auch über die Sprachferien und die vielen Gasteltern. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über unsere Städtepartnerschaft und das Jubiläum, was wir an diesem Wochenende feiern, die Jubiläen, dann klickt einfach in die Videobeschreibung. Und mit diesen Informationen wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.